Hallo, ich bin der Peter Kunzmann. Ich habe Zerspannungsmechaniker im Bereich Fräsmaschinen-Systeme gelernt und das ist mein Gesellenstück. Es besteht aus drei Teile, einmal der Grundkörper, der ist aus Aluminium gefertigt, der Schieber ist aus Stahl und das Drehteil ist auch aus Stahl. Die Funktion ist wie folgt, man kann den Schieber zurückschieben, man dreht das Drehteil, das läuft hier rauf und dann kann man ihn wieder einrasten lassen. Die Schwierigkeit dabei war, die Teile auf den 1000 mm zu fertigen, dass eben alles zusammenpasst. Im Alltag fertige ich Teile für die Rüstungsindustrie, für die Autoindustrie und noch weitere Bereiche.